Heyo meine Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal und heute spielen wir mal Table Tennis Touch. Vielleicht kennt ihr das Spiel, das war damals, ich glaube das hat damals 2,50 gekostet oder so und jetzt ist es kostenlos Reis gekommen. So auf jeden Fall, ja, fangen wir einfach mal an. Ich bin dafür, dass wir die Karriere spielen. Äh, okay. Öffnet den Clubordner, machen wir. Ich bitte zur Teilnahme auf ein Event, viel Glück. Okay, machen wir einfach mal. Äh, ja. Wie gesagt, ich kenne dir, ich habe nur gesehen, dass das so wie üblich im Tisch in der Spiele ist. Hier so, ihr seht's ja. Mal schauen. Ja. Ah. Ja, Mann. Oh nein, ich habe nicht getroffen. Ich treffe nicht. Was haben die für einen komischen Ballroboter? Der sieht komisch aus. Oh, wie lange das jetzt geht. Oh, wir haben Silber. Ja, wir haben Gold. Die goldenen Burschen schlagen zu. Trifft nicht. Oh, das war's. Da haben wir die Goldmedaille. Ja, Mann. Okay, und was ist jetzt? Weiter. Neues Event freigeschalten. Okay. Dann machen wir gleich mal das neue Event. So. Ich bin wieder da. Und wir haben eine neue Waffe. Rapid 5 besteht aus drei Schichten. Und hat eine gute Ballkontrolle. Okay. Ich mache jetzt einfach mal das. und das geht direkt los. Uh. Ein Turnier. Geil. Und es geht direkt los. gegen G-Pompfen. Nein, ich lache gleich daneben. Ja, Mann. Easy. Oh, ich treffe aber nicht. Das gibt's doch nicht. Ey, wir haben doch jetzt immer noch denselben Schläger, oder nicht? Ausgespielt. Och. Ich schlag die ganze Zeit daneben. wieder schlag ich daneben. Dicker Matchpoint. Okay. Ja. Ja, Mann. Und übrigens, alles, was ich hier jetzt schneide, das liegt darin, weil ich da Nachrichten kriege. Und, ja. Möchte ich natürlich ungern einblenden. Ui, da oben gibt's einen Bus. Was passiert jetzt? Oh, krass. Und wie lange hält der? Oh. Ich hab einfach jetzt gewonnen. Ja, Mann. Easy gewonnen. Was heißt easy? Eigentlich hab ich doch wegen diesem Bus gewonnen, aber gut. Spielen. Ich hab immer noch den Bus drin. Wie lange will der halten? Ich mein, damit rassier ich alles. Ist ja mal mega unfair. Ich mein, ich hab immer noch mal einen Anfängerschläger, den ich am Anfang aussehen konnte. Hier, bin du. Ich hab immer noch einen Anfängerschläger. Ich hab immer noch einen Anfängerschläger. Ich find's not easy. Wann bin ich endlich im Finale? Es geht mega lang, dieses Turnier. Fuck. Ich hab immer noch einen Anfängerschläger. Easy. Ja, Mann. Ja, Wiener. Komm schon. Oh, mein Gott. Der wird gerade richtig zerstört, Junge. Ja, da ist der Sieg. Okay. Hey, Finale. Ja, Mann. Tee, hören Sie an. Ich schlag wieder daneben. Ja, nein, nein. Komm mal. Ja, ausgespielt. Ja, komm, komm. Ja, komm. Gedischt. Komm, noch einen Punkt. Da ist der Sieg. Sehr gut. Oh nein, jetzt ist der Sieg. Oh nein, jetzt ist der Sieg noch nicht. Ups. Wie die Ems malen. Ist hier ausgespielt? Ich schlag daneben, nein. Was mache ich denn? Sehr gut. Komm schon. Ja. Sehr gut. Oh. Mist. Ja. 4, 2. Komm schon. Ein Punkt noch. Ja, da ist der Sieg. Wama. Der Robert hat halt auch noch Müff-Waff. Ich weiß nicht, warum der Müff-Waff falsch ist, aber niemand. Ja. 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 Und damit würde ich sagen, das war jetzt was mit dieser wunderschönen Folge Table Tennis Touch. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann das nächste Mal. Morgen wahrscheinlich wieder. Bis dann. Schau.